Total herrlich. Schön. Ganz tolle Landschaft. Fast ohne Wolken, super. Es ist einfach gigantisch, das so zu sehen. Und ja, herrlich. Wovon die Gäste hier schwärmen? Von der Sonnenaufgangsfahrt in Zauchensee. Ein einmaliges Erlebnis. Der frühe Morgen in den Alpen, am knisternden Lagerfeuer. Er vermittelt eine ganz besondere Stimmung. Sehr beeindruckend. Es ist wunderschön, wenn man da herumstellt. Man darf den Anfang vom Tag genießen. Wenn man schaut, es ist ein wunderschön. Ich habe einen Kacken. Ein wunderschön, ist es ein wunderschön. Ich kann mich nicht in deinen Spielen. Ich kann mich nicht in den Rund. Ich kann mich nicht in den Zeitraum mit dem anderen, Ich kann mich nicht in den Rund. Sie müssen nicht in den Rund. In der Gamskogelhütte erwartet sie dann ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Guten Morgen! Es gibt Kraft für einen langen Wandertag. Ja, ich finde es toll, ich kann jetzt sauchen sehen nur im Schnee, vom Skifahren und bin das erste Mal im Sommer hier. Und es sieht natürlich alles ganz anders aus, aber wunderschön. Es ist einfach toll. Zauchensee, das Wanderparadies. Einmalig. Noch gigantisch schön. Wir sehen uns im romantischen Zauchensee im Salzburger Land. Untertitelung des ZDF für funk, 2017